Manchmal, wenn ich im Bett liege und ich nichts zu tun habe, stelle ich mir die Frage, warum arbeiten YouTuber nicht? Stell dich doch einfach mal vor, Simon Ungespielt arbeitet bei Real an der Kasse. Was würde passieren? Hallo, ich will diese Schokolade kaufen. Ja klar doch. Oh, sind sie nicht Simon Ungespielt? Wehm ist ihr Ficken. Ich hoffe, dieses Intro hat euch nicht gefallen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Telefonverarsche für euch vorbereitet. Und ich weiß, was die Kids mögen. Oh, das war gar nicht pädophil. Hallo. Der ist Freak am Hörer. Nämlich ist es so, ich verschenke Likes. Interesse. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Brauchen sie keine Likes, sie sind heute gratis. Sie müssen nur was unterschreiben. Nee, wir brauchen sie nicht. Natürlich wollen sie Likes. Nein, will ich nicht. Ja, sie müssen, sie müssen, nein, sie müssen ganz kurz unterschreiben. Oh. Und das Highlight dieser Woche war eigentlich, dass ich von ein paar Fangirls eingeschrieben wurde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir freuen deine��니다. Wir fühlen dich so geil Likes. Okay, ich hab noch ein- War'n, ich fahr'gann dich. Hast du eine Freundin? Nein. Oh mein Gott. Das sind welche? ARD Text im Auftrag von Funk